Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen mal wieder seit langer Zeit hier auf Shane TSGTV Reviews zurück. Und zwar gibt es neue Sachen von Glow. Und zwar ist das Paket eben gerade angekommen. Wir machen praktisch fast ein Live Opening. Und es gibt neue Sorten. Und es gibt neue Stick Sorten. Ich habe auch mittlerweile einen neuen Erhitzer. Den habe ich übrigens zweimal geholt. Und ja, soll ich jetzt bessere Technologie haben und so weiter. Ja, weiß nicht. Ist jetzt nicht weiter irgendwie. Fühlt sich jetzt nicht unbedingt besser an. Aber ja, cooles Design. Liegt gut in der Hand. Funktioniert. Das ist glaube ich das Wichtigste. Ich glaube den brauche ich nicht weiter vorstellen. Ich habe mal eine Box bestellt. Meine übliche Sorte. Und es gibt neue Geschmacksrichtungen. Die habe ich natürlich auch alle bestellt. Wir haben den Lieferschein. Von Glow. Füllstoff. Und die neuen Sorten. Drei Stück habe ich bestellt. Das ist übrigens aktuell meine Marke, die ich rauche. Das ist Tobacco Gold. Fokus. Danke. Das ist Tobacco Gold. Die rauche ich zur Zeit sehr viel. Es ist einfach ein Tabakaroma eben. Was anderes ist es nicht. Kommen wir nun zu den drei neuen Sorten. Mit Geschmack. So. Und zwar haben wir hier einmal den Green Switch. Den Blue Switch. Ich lese es bloß mal schnell vor. Dann zeige ich euch das. Und den Club Switch. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken, was was war. Auf jeden Fall ist... Ist zweimal Menthol und einmal Menthol mit Barry. So. Ich zeige euch das mal. So sehen die Sorten aus. Ja. Links von euch. Oder beziehungsweise von mir haben wir den Club Switch. Den Blue Switch in der Mitte. Und den Green Switch rechts. Der Club Switch. Ich gucke lieber nochmal nach. Moment. Bevor ich Scheiße erzähle. Kommen wir zum Club Switch. Das sind süße Bären. Mit einer Tabakmarke. Und einem Limo Kick. Und das Ganze soll ein bisschen süßlich sein. Gucken wir mal. Probieren wir definitiv aus. Fokus ist heute richtig on point. Probieren wir mal aus. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt eine Sorte nach der anderen probieren. Also ich werde jetzt nicht alle pappen. Aber im Video seht ihr das natürlich nacheinander weg. Da sind natürlich dann Cuts dazwischen. Dann haben wir den Green Switch. Ich gucke mal nebenbei. Ich zeige euch mal die Schachtel. Und gucke nebenbei die Info. Süßlich, frischer Mentholgeschmack per Klick. Das war es schon. Wohl nur für den neuen Hyper geeignet angeblich. Für diesen hier. Ja. Ob das jetzt wirklich einfach nur. Also ob das jetzt einfach nur so dasteht. Damit man den kaufen soll. Oder ob das wirklich so ist. Dass es wirklich so ist wage ich zu bezweifeln. Das geht bestimmt auch mit dem anderen. Ja. Gut. Okay. Und dann haben wir den Blue Switch. Und zwar der Blue Switch. Übelst geiles Design finde ich übrigens. Einen eiskalter Mentholgeschmack. Intensiv. Intensiv, eiskalt und mentholisch. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube das waren alle neuen Sorten. die es jetzt online gab. Die es jetzt online gab. Fangen wir mit dem Green Switch an. Mit dem süßen, frischen Mentholgeschmack. Ich bin mega gespannt. Und da geht auch nochmal eine Frage raus. Sollte Menthol nicht eigentlich verboten werden? Auch bei Kippe und Glow? Also ich bin da immer ein bisschen. Ja, riecht nach Tabak und Menthol. Was soll ich sagen? Riecht wie Kippe. Stink nochmal. Ja, sollte Menthol nicht allgemein überall verboten werden? Oder ist das auch schon wieder rum? Ich meine, es wurde ja auch verboten in den Kippen. Dann gab es irgendwie die, ähm, diese Perlen, die man in den Filter reinstecken kann. Und dann gab es auch noch Hülsen, wo man sich Tabak reinstecken konnte. Und dann auch Menthol geschmeckt hat, äh, geschmeckt hat durch den Filter. Äh, wenn ihr da mehr wisst, äh, sagt mir gerne Bescheid. So, wir haben jetzt hier den Green Switch. Knicken oder klicken das einmal rein. Und ich lasse das Ganze laden. Das geht ja auch schnell hier. Das ist der Green Switch, der jetzt, äh, am Laden ist. Fokus, ich habe schon lange kein Review mehr gemacht. Das tut mir echt leid. Aber, ich kann es ja nicht ändern, wenn ich Fokus nicht will. Ja, das Ganze lädt jetzt hier im Hyper. Ja, designtechnisch finde ich den wirklich mega nice, wenn man das mal mit dem anderen vergleicht. Ich habe jetzt zwar die Schutzhülle drum. Äh, das ist jetzt der alte. Ähm, wir nehmen ihn mal aus der Schutzhülle. Können ja nochmal den Vergleich angucken. Ähm, ja. Schwarzer, der alte. Und das goldene, rosé-goldene, der neue Hyper. Ja. Soll besser sein, was weiß ich, keine Ahnung. So, wir ziehen mal eine Runde. Green Switch mit, ähm, süßen, frischem Mentholgeschmack. Intensivstufe 3. Ja. Finde ich mal, weiß nicht, Intensivstufen. Entweder schmeckt es oder nicht. Hm. Boah. Erster Zug, original Zahnpasta. Alter Schwede. Ich glaube, das ist gewöhnungsbedürftig. Ähm. Man zieht dran. Es ist natürlich warm. Ist ja klar. Es wird ja auch erhitzt. Und dann wird es kalt. Und dann, es kommt erst so ein... Boah, ich weiß nicht. Es kommt erst so ein leichter Tabakgeschmack. Ein bisschen ranzig, würde ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen pappig, ranzig so. Und dann kommt volle Dröhnung. Gefühlt volle Dröhnung. Also ich weiß nicht, wie das eiskalte Menthol sein soll. Ich finde, das ist schon ziemlich kalt. Man merkt es überall in der Nase. Überall, ähm, Erfrischung. Definitiv. Und es fühlt sich wirklich an, als kann man besser durchatmen. Was natürlich ein völliger Schwachsinn ist, weil es ja einfach bloß, ähm, auch den Husten so unterdrückt. Das Menthol, das war ja... Es ist ja auch, glaube ich, in jeder normalen Zigarette ein bisschen Menthol drin, um den Husten zu unterdrücken. Hm. Boah, ich weiß nicht. Also wenn es jetzt 10 Sterne gibt, von der Skala von 1 bis 10, dann kriegt der vielleicht eine 4. Vielleicht. Wahrscheinlich nur eine 3. Also es ist ganz eigenartig. Aber ich habe auch schon ewig kein Menthol mehr gebraucht. Muss ich, kann es ehrlich sagen, auch schon 3 Jahre nicht mehr oder so. Muss man sich vielleicht dran gewöhnen. Ach, schmeckt wie mein Mundwasser oder meine Zahnbürste. Zahnbürste. Meine Zahnpasta mit Mundwasser kombiniert. Das ist ganz eigenartig. Ähm. Auch ein bisschen chemisch, würde ich behaupten. Ich meine, es ist ja Chemie, aber das sollte eigentlich nicht danach schmecken. Ne, es sollte ja eigentlich das Aroma mehr rüberkommen. Sodass es auch wirklich schmeckt. Und es brennt in den Augen, wenn es dann in die Augen kommt. Aber es gibt einen geilen Kick. Das ist auf jeden Fall nice. Man hat nochmal so einen extra Kick. Hm. Von diesem Menthol. Aber ich finde es eher weniger stark. Also ich finde die Tobacco, ähm, die ich normalerweise rauche jetzt aktuell, finde die ein bisschen stärker vom Tabakgeschmack. Also nicht vom Tabakgeschmack, vom, vom, vom Kick her so. Wisst ihr, was ich meine? Vom Nikotinkick her so. Obwohl die Intensivität, oder Intensität, ähm, 1 von 5 ist. Was ich gar nicht so sehe. Deswegen, ich finde auch die, die, äh, die Intensität, ähm, 1 bis 5. Und irgendwie passt das nicht so. Also jeder Mensch schmeckt das anders und so weiter. Hm. Finde ich eigentlich nicht so krass. Ähm, muss man aber mal ausprobieren. Jeder, ähm, hat einen anderen Geschmackssinn und so weiter. Ja. Habe ich mir, glaube ich, 5 Schachteln geholt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde die nicht rauchen. Das geht schon, aber. Hm. Okay. Dann würde ich sagen, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Und dann. Na gut, das trinke ich nicht mehr. Können Sie eben uns beim nächsten. Äh, in der nächsten. Im nächsten Menthol. Im eiskalten. Bin mal gespannt, wie das ballert. Weil das muss ja anscheinend dann noch härter sein. Schauen wir mal. So, Freunde. Kommen wir also zurück zum, äh, Blue Switch. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. Das eiskalte Menthol. Ich bin gespannt. Ähm. Geruchstest. Geruchstest. Mundwasser des Todes. Ähm. Das ist, äh, glaube ich, Listerine, ähm, Hardcore Frisch. So, diese richtig extrem scharfe, äh, Hardcore. Ähm. Nicht Zahnpasta, ähm, Mundwasser. Ähm. Wir klicken das Ganze rein. Ab in den Hyper und. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und, ja, so sieht das Ganze nochmal aus. Nochmal eine Nahaufnahme hier. Und. Tja. Gucken wir mal. Ich, ich, ich sage, es scheppert übelst. Aber ich weiß nicht. Ähm. Ich bin mal gespannt. Also, wenn das milde, äh, Menthol schon ziemlich krass war, dann bin ich gespannt, wie das eiskalte, intensive Menthol ist. Also, schauen wir mal. Es ist immer so komisch, dass es so warm in den Mund kommt und dann trotzdem kalt wird durch dieses Menthol. Hm. Ähm, im ersten Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ich schmecke gar keinen Unterschied. Es schmeckt ein bisschen... Kann man sich das einbilden? Ich weiß nicht. Es schmeckt ein bisschen frischer. Aber. So einen wirklich krassen Unterschied fühle ich jetzt, äh, ehrlich gesagt gar nicht. Also. Wirklich. Hm. Aber es ist angenehmer gefühlt. Also ich finde, ähm. Hier ist nicht so dieser extreme Papp-Chemie-Geschmack drin. So vom Gefühl her. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Und, ähm, wie gesagt, jeder hat einen anderen Geschmackssinn und so weiter. Aber ich finde das angenehmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt, ähm, viel schlimmer wird. Von der Intensivität. Intensität. Ich will mal Intensivität sagen. Es ist, äh... Das Wort gibt's... Ach, ich bin lust. Ich bin, ich bin komplett lust hier. Ich fiel um die Ohren, Freunde. Intensität. Intensivität. Intensivität gibt's aber auch, Digga. Oder ist das... Ist das schon wieder verbannt worden aus dem Wörterbuch, Alter? Weitere Artikel aus dem Wahrig-Fremdwörter-Lexikon. Intensivität. Beides richtig. Genau wie mit Gucken und Gucken, ja. Mit G und K, Digga. Das wurde auch irgendwann 2019... Ey, 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 wir haben ein ganz anderes Thema. Ja, äh, schmeckt ein bisschen frischer, würde ich behaupten. Ähm, aber so krass intensiver ist es definitiv nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin gespannt auf das nächste. Und zwar das mit den... Ach, komm her, hier. Und zwar das mit den, äh, Berries. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hab, äh, ähm, früher... Als ich so E-Shisha geraucht habe. So Liquid und sowas. Ähm, da hatte ich auch viel Menthol gemischt mit Früchten und sowas. Das fand ich immer sehr geil. Ich war nie so der Typ, der, ähm, so dieses Karamellgelumpe oder sowas, ähm, gedampft hat. Das war fucking ekelhaft. Und, ähm, ja, gucken wir mal. Äh, kein krasser Unterschied, finde ich. Aber es schmeckt, äh, angenehmer, ein bisschen frischer vielleicht. Aber wirklich stark. Im Gegensatz zu dem davor. Oder stärker, finde ich es definitiv nicht. Wir sehen uns in der nächsten Sorte. Bis gleich. So, Freunde. Kommen wir zurück. Und zwar zu Nummer 3. Menthol mit Berries. Kaltes Menthol mit, ähm, Bärenmix. Ich glaube, so, ähm, abgebildet waren auf jeden Fall Himbeeren und Johannesbeeren. Schauen wir mal rein. Ähm, vielleicht so ein bisschen wie das, ähm, Johannesbeer ohne das, ähm, Menthol. Das schmeckt übrigens sehr gut. Das, ähm, war auch mal meine Lieblingssorte. Aber, um ständig mit Geschmack ist irgendwie nervig. Deswegen ist das die neue Lieblingssorte, wie schon gesagt. Das, äh, Tobakogold. Ja. Ja, aber riech jetzt nicht so, außer pure Chemie. Also keine Frucht oder so. Und vielleicht minimal. Minimal, minimal, minimal. So. Wir klicken das Ganze rein. So, jetzt. Feuer. So, an das Ding. Das ist wirklich, äh, mega nice, wie schnell das eigentlich geht. Wie schnell das jetzt lädt, so. So, drauf gedrückt. Und, ähm, es ist so schnell rauchbereit. Und auch, ähm, mal noch was nebenbei. Äh, wenn man das mit diesem Icos vergleicht oder so, ist Glow einfach dieser bessere Icos. Also schon immer gewesen in meinen Augen. Ähm, ich hab Icos, ähm, nach dem Glow probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, so umständlich und unnötig, äh, wirklich. Gut. Egal. Es geht los. Hm. Schmeckt ein bisschen wie Johannesbeer-Joghurt. Johannesbeer-Joghurt mit Kaugummi. Hahaha. Ähm. Ich merk keinen. Also hier fehlt irgendwie das Kalte. Ich weiß auch nicht. Es schmeckt wie Johannesbeer-Joghurt mit, äh, Kaugummi gemischt. Wirklich. Hm. Aber ich merk keine Frische. Kein, kein Stück. Echt nicht. Das ist, äh, ein bisschen komisch. Schmeckt fast genauso, wie das, ähm, normale Johannesbeer. Diese normale Sorte. Wobei ich behaupten würde, ähm, der, äh, normale Johannesbeer-Geschmack ist besser, definitiv. Ich pafe noch ein bisschen hier. Vielleicht minimal. Aber wirklich minimal. Ein bisschen kühle. Aber ansonsten. Hm. Gut, ich hab davor auch den hier geraucht. Vielleicht, ähm, der ist natürlich, äh, von der Kälte so intensiver. Vielleicht, äh, merkt man das nicht mehr so krass jetzt mit dem hier. Das Kalte fehlt irgendwie. Vielleicht ist das einfach wirklich, äh, wegen dieser Sorte, die ich davor geraucht habe. Ähm. Die war wirklich. Also das ist wirklich, ähm, vom Menthol her und vom Gesamt das Beste. Definitiv. Und, äh, intensiver. Auf jeden Fall. Ja. Johannesbeer-Joghurt. Okay. Da kann man auch, ähm, die Johannesbeer-Sorte nehmen. Und nicht dieses Berry-Mix, definitiv. Ähm, die Johannesbeer-Sorte schmeckt, wie gesagt, besser. Was, was würde ich dem geben? Auch bloß eine 3 oder eine 4 von 10 oder so. Also, Favorit der neuen Sorten, definitiv, der, äh, auch der besser aussehende Blue-Switch. Ähm, den wir jetzt hier rauchen, ist der Club-Switch. Äh, und, ja. Das beste Design und den besten Geschmack. Und vor allem, Fokus kommt nicht. Und vor allem, ähm, auch das bessere Menthol. Definitiv. Also, würde ich euch empfehlen. Die anderen, ja, müsste man vielleicht mal selber probieren. Äh, um das auch selber einzuschätzen. Wie gesagt, jeder Geschmackssinn ist natürlich auch anders. Vielleicht schmeckt euch auch die Sorte besser. Man weiß es nicht. Ähm, wenn ihr Bock habt, guckt euch mal rein bei Glow. Ja. Und damit würde ich sagen, äh, Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Das waren die neuen 3 Glow-Sorten. Die neuen Tabak-Sticks. Und, mal schauen, was noch so kommt. Ich hab viel gesehen, dass viel im Ausland, äh, da gibt's ja so viele Sorten. Also, das ist ja mit Deutschland gar nicht zu vergleichen. Da gibt's ja auch Orange und sowas. Alles so, ähm, Frucht-Mix-Exotik und sowas. Ähm, das sah sehr interessant aus. Mal gucken, ob man da irgendwie rankommt. Und dann werde ich euch diese auch präsentieren. Mit dem neuen Hyper. Wir sehen uns. Dankeschön und auf Wiedersehen. Haut rein. Nichts das für einboard. Classik, das ist das für ein Heilian. ob das denn hier. yourself sitting? Vielen Dank.